Hallo, hier ist der Biker, die Ungerwes. Hier werde ich lange nicht mehr hier runter gefahren. Was ist das eine aus? Oh, Ölspur. Magische Gerwett. So, wir sind jetzt runter in Abendweiler. Fahre ich von da aus hoch noch weiter. Oh, das ist das eine ausgabe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Straße ist auf jeden Fall irgendwann mal gemacht worden. Früher war die nicht so schön glatt und ausgebaut. Ich meine, die wäre sicher aber breiter geworden als früher. Da bin ich aber wach. Hier bin ich bestimmt schon 15 oder 20 Jahre nicht mehr runtergefahren. Hier kann man jetzt seit vor dem Jahr wieder durchfahren, durch das Lommelsdorf. Deshalb bin ich dann hier auch nie gefahren. Hier ist ein Kreuz, was. Alles neue Leidung, die am Lähen. Sollte, fahre ich jetzt hier links. Einmal über die Arbe war. Ah, die Meuschen haben sie wieder repariert hier. Schön. Das ist hier doch langsam was. Sollte, fahre ich jetzt. Sollte, fahre ich jetzt auch nicht. Das ist hier. Ich bin da wegen von � oi oi oi, wieso ist hier arsch... eckgefahren da in die Gülle rein es, hätte mal schief gehen können mit dem schweren Ding da kampagazmt´ kommt mir ein bisschen karl vor da haben sie die ganzen bäume abgehauen rückgeschleppt ich weiß nicht ab da noch Schadholz war Was auch schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020